Oh, wie seht ihr das Spiel, wie seht ihr das Spiel? Habe ich alles abgeschickt, hab ich alles abgeschickt? Das, das, das... Ja, ich glaube schon. Waren die noch nicht dabei, muss man nur sagen. Das einzige, was ich noch nicht gemacht habe, das ist das, wo ich mich selber wieder einmal schlagen darf. Egal, ähm... Ja... Bloodstained Curse of the Moon Ein schönes kleine Spiel, dieses Jahr rausgekommen erst. Ist so quasi ein Partner-Spiel oder Companion-Game zu, ähm... Bloodstained Ritual of the Night Wer jetzt die Optik schon direkt sieht, kann sich so denken, woher das Ganze so ein bisschen kommt. Nämlich, äh... Castlevania und gerade Bloodstained Ritual of the Night wird, äh... Produced von dem Macher der Castlevania-Reihe, beziehungsweise vom Main-Producer. Das Game hier wurde jedoch nicht vom selben Team entwickelt, das ist Inti-Creates, die das gemacht haben, also das ist ein bisschen outgesourced. Wir spielen hier in San Gezzo, äh... Der Herr ist Dämonenjäger, der hat gespürt, äh... dass letztendlich ein großer Dämon hier im Westen ist, der kommt nämlich eigentlich aus dem asiatischen Raum und hat sich halt aufgemacht, um den großen Dämonen zu besiegen. Das Ganze ist dann Gremory. Aber da kommen wir dann auch noch zu. Ähm... Beim Game haben wir verschiedene Fähigkeiten, äh... San Gezzo hat jetzt gerade hier in diesem ersten Level vor allem die Peitsche, die brauchen wir auch für den ersten Boss. Die Peitsche, ja? Alles klar. Ja, ja. War jetzt sehr verlockend, aber ich sag jetzt nichts dazu. Äh... Bitte nicht. Was man hier auch viel sieht, äh... Und da auch mal direkt die Erklärung dazu, äh... wie das ist. Ähm... Wir können uns hier Damage boosten. Kriegen halt, wenn wir, wenn wir Schaum bekommen, kommen wir ein bisschen weiter in eine bestimmte Richtung. Äh... Wenn wir das richtig machen, können wir uns halt eben weiter vorwärts boosten. Und zwar auch bei einer Hö... in der höheren Geschwindigkeit, als wenn wir laufen. Das funktioniert aber nur bei Veteran. Veteran ist eine Einstellung, äh... in dem Falle... Es gibt Normal und Veteran. Veteran bedeutet, äh... wie bei dem ersten Castlevania, dass man Knockback hat. Sonst bei Normal würde das komplett wegfallen. Da bleibt man dann einfach auf der Stelle stehen. Damit funktionieren diese ganzen Damage boosts dann nicht. Nehmen wir denn noch mehr Schaden auf Veteran, oder...? Äh, nein. Das... Der Schaden, den man nimmt, wiederum, ist von der Reihenschwierigkeit, äh... beeinflusst. Äh... Die wir in der Kategorie... Also wir haben in der Kategorie stehen Any Person, Normal, Veteran, No Out of Bounds. Ähm... Sehr schön lange Kategorie. Das Ding ist halt eben, es gibt den Schwierigkeitsgrad. Normal, ähm... Normal, Hard und Nightmare, glaub ich. Ich hab die jetzt grad nicht mehr so ganz im Kopf. Müsste ich jetzt wirklich auch wieder auf, äh... der Bot gucken. Äh, aber... Aber... Beziehungsweise auch ins Game. Hehe, ich hab's ja so Grundling auch selber. Äh, und... Weni... Zum Glück ist die Kategorie nicht länger als der eigentliche Run, aber es gibt ein paar schöne Sachen. Ähm... Dadurch, dass wir No Out of Bounds machen, fallen so ein paar Zips weg. Äh, gerade in Level 7 könnten wir uns zippen. Ähm... Fällt halt großteils jetzt leider weg, aber... Ja, was soll's. Die Person, die uns da eben begegnet ist, das ist Miriam. Miriam ist, äh, eine Dame, die von einem Kristallvirus, äh, quasi... Beziehungsweise von einem Kristall infiziert ist. Ähm... Von einem Kristall? Von einem Kristall, ja. Okay, ja... Nein, ich hinterfrag's nicht, ist okay. Ähm, akzeptier's einfach so. Ich akzeptier's aktuell auch einfach noch so, weil ich erstmal, äh, Ritual of the Night spielen will, bevor ich mich... mir dann komplett Urteil drüber bilde. Weil... Tatsächlich in Curse of the Moon kommt die Story relativ kurz. Das ist zum Anfang einmal so, äh, ein längerer Text. Und am Ende dann, wenn man das Ending kriegt, ein längerer Text. Das Ending ist davon abhängig, äh, was man... Äh... Im... Im Game tatsächlich macht. Schwierigkeitsgrad sind übrigens Normal, Nightmare und Ultimate. Ah, ja... Nightmare und Ultimate, so rum war's. Können hören. Ähm... Kann ich auch kurz noch drauf eingehen. Wichtig ist, wir könnten immer zwischen den Charakteren, die wir hier haben, switchen. Die haben alle eine eigene Livebar. Miriam selber ist, wie wir auch zwischendurch schon immer wieder gesehen haben, sie kann einfach auf dem Boden sliden. Sie ist die einzige Charakterin, die das überhaupt kann. Und, ähm... Parallel hat sie wiederum als Standardattacke die Peitsche, die ja bei horizontal geht. Bei Zangetsu ist ja diese Spezialattacken-Peitsche, die nach oben rechts... Ähm... Das ist quasi ein Damage-Buff. Einfach. Den kannst du halt auch auf Miriam übertragen, oder auch auf die anderen Charaktere, die wir noch kriegen werden. Ähm... In den ersten drei Leveln kriegen wir immer einen neuen Charakter. In Any Person ist es halt wirklich deutlich einfacher, wenn man einfach... Wenn man wirklich alle Charaktere mitnimmt, weil man dann deutlich mehr Movement-Optionen hat. Äh... Zum Beispiel Miriam, abgesehen davon, dass sie, äh, auf dem Boden entlangsliden kann, hat sie auch einen höheren Sprung. Das ermöglicht halt eben, dass man an höhere Orte kommt, die man mit Zangetsu selber nicht erreichen würde. Oder halt so kleine, äh, Sammel-Items wie das eben, dieser kleine Krug. Ich glaub das war Magie-Erhöhung. Ja doch, wir hatten vor 120, jetzt haben wir 30, genau. Oben rechts sieht man unter dem Score die Waffenenergie. Ähm... Ist halt ausschlaggebend dafür, wie häufig wir diese Subwaffen oder diese Spezialwaffen einsetzen können. Bei Miriam haben wir jetzt auch die große Axt reingenommen. Die große Axt ist so ziemlich der größte Damage, äh, Spell, den man überhaupt hat. Ähm... Zumindest gegen bestimmte Gegner. Gegen diesen Wasser-Boss ist es jetzt so... Diese Stage heißt übrigens auch Frigid Hell. Äh... Im Casual muss ich zugeben, dieser Boss ist relativ anstrengend. Aber wenn man denn so weiß, dass die Axt ziemlich wirksam gegen jeden Boss ist, äh... Dann... Ist das auch relativ flott getan mit den Gegnern. Sollen die Blasen erst wegmachen, den Boss schaden? Nein. Nö, die Blasen musst du nicht wegmachen. Das ist nicht das Problem. Ähm... Er hat jetzt halt nur keine Waffenenergie mehr, deswegen muss er jetzt ganz normal mit der Peitsche zuschlagen. Und da ist der Boss down. Jeder Boss, haben wir auch beim ersten Boss schon gesehen, hat eine Verzweiflungsattacke, die zum Schluss nochmal kommt. In der Theorie kann man von der auch noch sterben. Oh, okay. Heißt, wenn man lowlife ist und dann tatsächlich da immer noch rein rennt, äh, stirbt man sehr schnell mal. Das war... paar Mal tatsächlich in meinem Casual playthrough auch der Fall. Machst du übereifrig, hast einen Klatsch gekriegt. Ja, genau. So, das ist jetzt Alfred. Der ist ein Alchemist und Zauberer. Der kann verschiedene Zauber wirken. Aktuell hat er jetzt den Feuerschild. Den kann man genauso wie diesen Damage-Buff von Sangetsu, kann man den auch auf andere Charaktere übertragen. Heißt, man kann dann einfach als Miriam weiterlaufen und trotzdem den Feuerschild um sich herum haben. Und schütet dann dadurch alle Gegner, in die man reinläuft. So, jetzt sind wir bei der Brilliant Void. Alfred, das ist, ja, quasi, einfach eine Pyramide, so halbwegs eine Pyramide. So eine alte Gruft, wo wir am Ende auf einen Goldtrixer treffen. Alfred? Er erhält dann den... Goldtrixer. 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 Ähm. Er erhält tatsächlich, ähm, einen, den letzten Charakter gefangen, den wir noch kriegen können. Das ist dann Gable? Gable? Oder... Gabble? Ich bin mir immer unsicher, wie man den ausspricht. Ja, manche Namen sind einfach so ein bisschen kompliziert, wie man ausspricht. Ähm, Vini, grundlegend sieht's erstmal so aus, es sind aber ein bisschen mehr als sechs. Ich hab's schon vorhin erwähnt, es sind... Das ist theoretisch sogar sieben... Äh, acht... An sich sind's acht Level. Äh, zumindest im Normal-Mode. Also, in... In any person normal. Würden wir Nightmare-Mode spielen, hätten wir zum Beispiel Sangetsu auch nicht. Ähm, Nightmare-Mode schreitet sich auch erst frei, nachdem man Normal durch hat. Ähm, warum sehen wir am Ende noch, vielleicht, wenn Szenen noch soweit durchgezeigt werden. Ähm, aber... Normalerweise... Ja... Mal gucken. Ich hoffe, sie zeigen's kurz noch. Weil das ist kein wirklich großartiger Story-Spoiler. Da braucht ihr euch... Braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wie gesagt, der Großteil... Äh, der Story wird erst in Ritual of the Night. Eben quasi. Da spielt man, soweit ich mich entsinne, auch tatsächlich Miriam als Hauptcharakter und nicht Sangetsu. Kennen wir dann, warum sie infiziert wurde? Äh... Ich glaub, im Wiki steht das sogar schon. Ich hab... Ich muss zugeben, ich kam nicht so ganz dazu, mir alle Charakter-Dinge nochmal durchzulesen. Deswegen weiß ich jetzt bei Möben nicht genau, wie das war. Ähm... Aber... Ja... Was ich übrigens noch kurz zu Sangetsu sagen kann und auch sollte vielleicht noch. Er ist nicht nur ein Dämonenjäger, sondern er ist... Sein Schwert dürstet tatsächlich nach Dämonen und das kann leider auch sehr fatal werden. Das werden wir am Ende dann auch sehen. Der Boss sieht imposant aus. Das ist der Gold Trickster. Ähm... Der Boss ist auch sehr cool, aber hier sehen wir die beste Schadenscombo für den Boss und den Nächsten. Äh... Alfreds Eissperr, um ihn einzufrieren. Und dann zack mit der Axt drauf. Dreimal und er ist down. Das war schon der Bosskampf? Das war schon der Bosskampf. Das ist auch gerade seine Verzweiflungsattacke. Okay. Einmal kurz gewinzelt, Bosskampf vorbei, ja. Jaja. Die Bosse... Also der und der Nächste... Gehen extrem schnell. Die danach brauchen wieder ein bisschen mehr Zeit tatsächlich. Ist auch ganz gut so, wenn ich ehrlich bin. Äh... Oh, ich hab... Ja, gut. Ich hab vergessen, den Marker zu setzen. Ich wollte den Marker noch sitzen. Na ja, egal. Mach ich den beim Ende? Ja, wir haben ja jetzt eine neue Aufgabe als Regie. Ähm... Ich bin natürlich auch ziemlich faszinierend. Also... Das Spiel hat mega Spaß gemacht. Das ist auch echt anstrengend. Das kann ich mir gut vorstellen. Äh... Ich hab ja vorhin schon gesagt. Speedpoints sehen immer so einfach aus. Und dann spielst du selber und kommst kein Meter weit. So, Blasphemy onto Heaven. Ähm... Was wir jetzt gerade... Schon sehen. Gebel kann sich in eine Fledermaus verwandeln. Ach, hast du gemacht, Blasmon. Okay, danke dir. Perfekt. Ähm... Ich hab das halt nicht gesehen. Äh... Gebel kann sich... Er ist quasi Vampir. Gebel ist eigentlich auch jemand, der von Kristallen infiziert wurde und sich dann komplett verwandelt hat schon. Ähm... Miriam selber ist nicht komplett verwandelt. Sie ist noch, äh... Dabei quasi. Aber... Äh... Gebel ist dadurch zu einem Vampir geworden. Kann sich in eine Fledermaus verwandeln. Kann Magie... Auch entsprechend nutzen. Man sieht ja immer, wenn seine Attacke ist, so... Sind so diese drei... Ähm... Drei Flächen nach oben rechts. Quasi. Zwei nach oben. Weg. Und... Gebel ist auch so ziemlich der... Charakter, mit dem wir uns am meisten bewegen, wenn wir irgendwo hoch wollen. Wo wir nicht unbedingt überall lang springen können. Also Gebel... Nicht... Gebel... Gebel... Also... Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Ich hab's mal kurz in den Chat geschrieben. Gebel... Gebel... Mh... Das ist so ein schönes kleines Detail, find ich auch. Ähm... Kleines 17. Das ist sogar... In der Story wird das kurz sogar erklärt. Äh... Da wird... Da wird irgendwie so ein... Ich... Ich glaub das war so eine... Redensart auch nochmal dazu reingebracht. Ähm... Wird auch im Weltrekord immer noch mitgenommen. Obwohl man theoretisch vielleicht eine Sekunde oder so sparen könnte. Aber das wäre halt... Wahrscheinlich selbst dann zu risky. Ohne die Rüstung. Oder wenn der Weltrekord erwähnt ist, wie viel Ruhe liegt. Das ist ne gute Frage. Hat ich jetzt noch nen Kopf. 20, 10. Oh gut. Und ich seh schon... Das Markt hat bei Dark Hena da leider keinen... Keine PB gefunden. Schade eigentlich. Aber... Ich muss zugeben, ich hab da auch selber vergeblich geguckt. Hätte da auch erst geguckt, ob ich da eine finde. Damit ich das dann mal... Ähm... Ja auch seinen... Seinen Run angucken kann. Aber er war leider nicht von Erfolg gekrönt. Der hat nur zwei Wands eingetragen. Ja, der hat auch... Auf seinem Twitch-Kanal leider nicht so viel. Fand ich eigentlich schade. Aber auch hier wieder... Die selbe Taktik mit dem Eis Speer und der Axt. Er arbeitet tatsächlich bei dieser zweiten Phase mit nem Audio-Cue. Wo er dann wirklich genau hinhören muss. Ja toll, jetzt hab ich den Bosskampf verpasst, weil ich grad nach dem... auch noch einmal aus Bord geguckt hab. Sehr schön. Ja ja. Schön ne. Das ist... Das waren jetzt aber die einzigen zwei Bosse, die jetzt wirklich so schnell umfallen. Ähm... Die anderen Bosse, die jetzt noch kommen, sind noch relativ flott, aber... Nicht ganz so anstrengend. Auch unbedingt für die Augen. Aber trotzdem... Ähm... Ausweich technisch ein bisschen schwieriger. Stage 5, Sun and the Night. Mit diesen seltsamen Gegnern. Ich weiß immer noch nicht, was das darstellen soll. Wah! Tintenfisch oder so? Ja, so Art Tintenfisch. Aber mit so nem riesig... So mit nem riesigen Grinsefratze. Das find ich total weird. Ähm... Äh gut. Letztendlich... Grundtechnisch... Kann ich... Hetzig wenig noch erklären. Äh... Es ist tatsächlich viel Movement. Viel Waffen... Energie... Management. Wo man wirklich aufpassen muss. Gerade jetzt hier bei dieser Sektion, dass man da komplett durch... Geflogen kommt. Und durch das Sachen... Aber wenn man weiß, wo viele Städte da rumsitzen, ist halt irgendwie ganz wichtig, nur darauf zu achten, wo die überall sitzen. Mhm. Das Schöne ist halt eben auch, du kannst komplett andere Wege gehen. Ähm... Äh... Für welche Plattformen gibt es das Spiel denn, Vini? Äh... Das ist zum einen für PC. Also über Steam auch rausgekommen. Äh... Da wird's auch vor allem gerannt. Und... Genauso ist es aber auch für Switch, PS4 und... Ich glaub auch... Müsste auch genauso Xbox für... Für die Xbox rausgekommen sein. So, hier sehen wir jetzt einmal einen Gemäldegegner. Den werden wir, wenn ich mich recht entsinne, aus dem VR nicht einmal mehr sehen. Die gibt's eigentlich noch mehr. Äh... Das Ding ist, man kann andere davon umgehen tatsächlich. Weil ich das richtig gesehen hatte. Also die Wege, die man geht, nicht fix, sondern... Nein, Luke. Äh... Siehst du... Sieht man auch immer, wenn er, äh... In nächstes Level kommt. Zumindest bis jetzt hat man's immer gesehen. Dann hat man immer so eine kleine Art Map des Levels gesehen. Ähm... Auf speedrunner.com gibt's hinter den Ressourcen tatsächlich... Äh... Nicht unter den Ressourcen, sondern unter... ...den Guides. Äh... Gibt's auch... Eine komplette... Äh... Liste an... Äh... Levels. Wo man dann gucken kann, wo man am besten lang geht und so. Das ist cool. Aber inzwischen ist so ziemlich, äh... Der optimale Weg auch schon gefunden. Man möchte meinen, tatsächlich, äh... Es wäre immer der direkte Weg. Aber so ganz stimmt das tatsächlich nicht, hab ich festgestellt. Manchmal, äh... Wege, die direkt erscheinen, auch nicht ganz direkt sind, wo man dann hin und her muss. Auf dem Screen gegebenenfalls mal. Das ist der nächste Boss, oder? Das ist der nächste Boss schon, ja. Der sieht klein aus wie das zu den anderen. Ähm... Der ist auch relativ klein, aber der ist trotzdem recht anstrengend, auch im Casual. Aber das war's auch schon. Jetzt kommt der Verzweiflungss... Ah, nein, stimmt. Äh, erste Phase erst vorbei. Ich bin doch doof. Ach, der erste Phase, okay. Ja, der... Ne, Moment. Ah, ne, doch. Ist schon die Verzweiflungstat. Stimmt schon. Ja, ja. Die Verzweiflungstat zerstört... Ey, ja, den machst. War schon die Final Form, okay. Ja, ja. Der hat keine weiteren Formen. Zwei... Äh... Hat tatsächlich nur der eine letzte Boss. Ich sag, wo ist der eine letzte? Es gibt mehrere verschiedene Endbosse, okay. Es gibt mehrere verschiedene Endbosse, je nachdem welchen Modus man spielt. Normal, Nightmare und, äh, Ultimate haben... Ab Nightmare gibt's einen zusätzlichen Endboss quasi und eine zusätzliche Stage auch. Okay. Also es gibt, äh, in Normal gibt's halt acht Stages und in Nightmare und Ultimate glaube ich auch, äh, gibt's halt eben dann insgesamt neun Stages. Man, baue ich. Nein, das sind die Leute. Entschuldigung. Äh, übrigens, Sangetsu kann ich auch vielleicht nochmal so kurz soweit erklären, das wird auch vielleicht nochmal interessant. Fürs Ende, das, da werde ich dann auch nochmal für die letzte Stage was kurz sagen dann dazu. Äh, Sangetsu setzt sich aus dem Kanji, äh, für Beheading und Moon zusammen. Und sollte quasi übersetzt, äh, mehr oder minder cleave the moon, also dem Mond zerteilen quasi. Da gibt's am Ende, bei der letzten Stage in Normal, die heißt Curse the Moon oder cleave the moon tatsächlich. Ähm, je nachdem ob man die Leute mitgenommen hat oder sie zurückgelassen hat. Also ob man nur mit Sangetsu durchgelaufen ist oder mit den anderen dreien noch mit bei. Okay. Ich hab's tatsächlich gemacht, äh, nur mit Sangetsu durchzulaufen. Ähm, und auch ohne die irgendwie noch aufzusaugen. Man kann sogar diese, die Leute, die man hier jetzt soweit mitnimmt, kann man in der Theorie auch aufsaugen. Mit dem Schwert. Kannst die töten, wenn du die triffst. Und kannst quasi eine Kraft von denen erwerben. Ist die Kraft zufällig oder ist sie fix? Ähm, die Kraft ist fix. Die Kraft, die Kräfte sind fix. Ich, wenn ich mich recht entsinne, bei Miriam gab's den Doppelsprung. Ähm, so dass Sangetsu halt auch höher kommt. Bei Alfred müsste ich jetzt grad echt überlegen. Und bei Gable genauso. Den beiden weiß ich grad nicht mehr. Dass man die Wahl hat, wenn man die Leute mitnehmen möchte oder indirekt mitnehmen möchte. Kannst... Ja, entweder nimmst du sie mit, indirekt mit, oder du lässt sie halt eben ganz beiseite. Achso, es gibt schon drei Optionen. Es gibt drei Optionen. Du kannst sie auch komplett beiseite lassen, kannst sie nicht wegschlagen und auch nicht mitnehmen. Du kannst einfach dran vorbeigehen. Das ist sehr cool. Und das hat tatsächlich auch einen Einfluss auf das Ending. Was wir hier jetzt am Ende sehen werden, ist das Neutral Ending quasi. Äh, es gibt dann noch das böse Ende und das, ja, quasi ganz böse Ende. Für das böse Ende müssten wir die Leute aufsaugen, also absorbieren, oder? Äh, ne, das ist das ganz böse. So ziemlich, ja. Wobei man da auch wieder spekulieren könnte, weil je nachdem das Ergebnis ist tatsächlich gar nicht so böse. Das klingt verwirrend. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Also ich war sehr davon angetan, wie die Enden waren. So, äh, der Boss ist tatsächlich der einfachste mit diesen Blitzkugeln, die wir jetzt auch aufgesammelt haben. A3, genau. Ähm, Blitzkugeln verfolgen halt den Gegner und jetzt ist sie auch tatsächlich schon bei ihrer, äh, Verzweiflungstat. Wow, und fupp. Fertig. Da kann man sogar so ausweichen. Das wusste ich zum Beispiel selber gar nicht. Das ist mir beim Weltrekord tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ich glaube, ich hab da geblinzelt. Ähm, ja. Man macht halt was man kann in dem Moment und dann klutscht. Ruhig. Fertig. Es ist sehr schön. Ja, das, was er jetzt macht, stimmt, ist eigentlich das True Ending. Wenn man jetzt auch an den Rest so weit denkt, das ist richtig, aber... So an sich ist es tatsächlich trotzdem das Good Ending, find ich. Oje. Böse und sehr böse Ending ist halt für mich... Ja, tut mir leid. Ich, ich, ich find das böse Ending nicht normal. Es ist... Für mich ist das Böse. Ich hab ja jetzt ein paar Kommis. Hehehehe. Ja, das Lesser of Three Evils. Quasi. Ich find halt selbst das True Ending hier trotzdem sehr krass. Ich hab gesagt, ich hoffe wir sehen's, dann kann ich das kurz aufklären. Bin gespannt. Es ist halt eben die Sache, es kommt halt noch vor den Credits normal, dieses Ending und dann... Können sie eigentlich auch zeigen. So schlimm ist das nicht. Ich glaub ich muss bei diesen verdammten Gemälden geblinzelt haben. Hehehehe. Ist wirklich so. Weil auch der stimmt ja wieder so verdammt schnell. Ich vergesse das immer. Aber es stimmt. Man konnte den nicht aus dem Weg gehen. Ah, das ist so ver... So verwirrend, wenn man das nicht mehr im Kopf hat, das gesamte Game. Ein bisschen her ist es doch, dass ich casual durchgespielt hab. Ich hab ja im Glück für das Spiel auch mal zu spielen, weil ich glaub ich hätte furchtbare Probleme. Ähm, ist halt die Frage, du kannst halt auch Veteran weglassen und hast dann das Knockback nicht. Dadurch wird das Spiel um einiges einfacher schon. Ja, okay. Ähm, hier übrigens auch schon, wir frieren den, greifen einen, laufen auf ihm rum, klatschen da die Wand weg und durch. Das ist tatsächlich so intended. Wäre seltsam, wenn nicht. Hehehe. Ich glaub das geht tatsächlich auch nur mit der Axt. Ich hab's nicht anders... Äh, selbst auch nicht anders gemacht. Ich mein, das geht nur mit der Axt. Wenn man auch die ganzen Gegner stehen lassen kann, die sind ja auch toll. Ja, auch grade mit Miriam zum Beispiel oder mit Gable. Gable geht's halt sehr gut, weil man mit denen ja echt weit hochkommt oder halt eben komplett einfach drüber hinwegfliegt. Und dann hochfliegen. Ja, gut. Passiert. Und dann hochfliegen. Ja, gut. Passiert. So. So. Wieder... Eisbär, Axt, Eisbär, Axt, Eisbär, Axt dort. Hehehe. Verzweiflungstart. Also... Da sehen wir denn auch überhaupt das erste Mal die Attacke, die überhaupt laufend gemacht hätte. Ist schon interessant, wenn wir die Bosse so einfach beseitigen können. Hm. Wenn ich bedenke, wie ich casual da lange... Wie lange ich da teilweise casual dran saß an den Bossen, ist das ja sehr beeindruckend. So Sachen, wo man sich drüber nicht den Kopf gemacht hat oder nicht dran gedacht hat, dass man das machen könnte. Sehr geil. So. Curse the Moon. Stage 8. Letzte Stage. Diesen seltsamen... Ja... Schwarm. Oder was auch immer das ist. Ich... Es muss ja irgendwie ein Schwarm sein, aber ich finde diesen Gegner sehr seltsam. Das ist kein Schaden. Okay. An der Stelle tatsächlich nicht, weil du quasi auf der Treppe einfach wieder hochläufst. Ah. Die Treppe geht tatsächlich weiter. Hat aber den Triggerpunkt am Bildschirmrand. Und deswegen musst du kurz zum Bildschirmrand hochlaufen. Aber... Ja. Es sieht sehr gut aus. Und mit dem... Ach, mit dem Feuer... Okay. Ich hab casual noch was und nicht rausgefunden, was ich... Hätte rausfinden sollen. Dass man nämlich mit dem Feuerschild da durchlaufen kann an der Stelle. Und ich bin immer den Weg außen rumgelaufen. Ach, wie schön. Guck mal. Benny hat hier geschrieben, was das heißt. Aber ich weiß nicht, dass ich vorlesen kann. Ja, ich hab's gerade selber versucht auszusprechen. Deswegen. Si la ne jamais arrive. Okay. Gut. Ich hab's garantiert total gebutchert. Tut mir leid Franzosen. Ich hab lange keinen Französischen mehr gehabt. Lange nicht mehr. Dafür. Naja. Hier jetzt noch mal ein kleines Wettrennen gegen die Zeit. Auch wieder gegen den Schwarm. Nehmen wir kurz Miriam, weil sie höher springen kann. Und dann Käbel wegen der Fledermaus. Kein Wunder. Sollte Abschiede hasse ich ja immer. Wo man von England gejagt mit den Spielen dann. Ja, das ist. Ich bin nervös und dann möchte ich nicht weiter spielen. Kannst du froh sein, dass das nur in dem Level so ist? Ah, na gut, dann geht's ja. Naja. Naja. Okay. Gut. Danke. Danke wenig für die Lautschrift quasi. Kröten waren auch so nervig. Okay. Ich wär auch nicht auf die Idee gekommen mit dem verdammten Feuerschild. Aber wie hoch... Aber das Schöne ist, hier ist... Ah, hier ist ein Checkpoint. Und ja, da ist ein unsichtbarer Weg. Ah, klar. Das hab ich Casual tatsächlich auch rausgefunden. Und hier ist die beste Waffe quasi für Gable. Äh, nochmal die Blitzkugeln. Die brauchen wir tatsächlich jetzt für den Boss. Einfach jeden Vokal als Äh aussprechen, dann spricht man fließend Französisch. Leil. Und die Haas vergessen hab ich gelernt. Ja, stimmt. Also am Anfang zumindest. Das stimmt tatsächlich sogar. Äh, wo ist mein Wasser? Da ist mein Wasser. Ähm, ja. Erste Form Boss. Äh, er zählt jetzt tatsächlich genau ab. Also zumindest hat's der Weltrekord egal, der gemacht. Das ist komplett RNG, wenn die sich hier verhält. Er hat jetzt leider Pech gehabt. Tatsächlich. Ähm. Weil dieser Schwarm kann auch über die Arena hinweg kommen. Und das ist, dann interessiert uns der Haar herzlich wenig. Da muss man einfach abziehen, wie häufig man trifft. Ja. 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 Ich bin immer gespannt. Wir haben 40 Waffenenergie und genau die brauchen wir auch. Und zwar müssen wir da diese Mondsichel da oben treffen. Den Halbmond auf seinem Kopf. Und das macht sich halt am einfachsten mit diesen Blitzkugeln. Weil die halt einfach die Gegner verfolgen. Und parallel können wir immer dann noch von diesen Sicheln, die er nach uns schmeißt, immer noch mal ein bisschen Waffenenergie aufsammeln. Und das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und zwar. Die letzte Attacke. Wollte eigentlich die Freunde umbringen. Sangezo hat die jetzt aufgenommen. Und wird selbst zum Lord of Demons. Oder zum... Nebenmoment. Wie heißt der nochmal genau? Lord of Evil? Lord of Demons? Ich weiß. Keine mehr.